Was geht da Freunde und Supporter? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser kleinen Battlefront 2 Runde aus dem ersten Livestream des Jahres 2020 auf Twitch. Wenn ihr gerne dabei sein wollt, checkt die Videobeschreibung ab, folgt mir da gerne und seid dabei. Und ansonsten erstmal natürlich frohes neues Jahr an alle, die das bisher noch nicht mitbekommen haben von mir. Ich habe es ja auf allen Plattformen gepostet eigentlich, aber vielleicht habt ihr es ja noch nicht gesehen. Also frohes neues Jahr, ich hoffe ihr seid gut reingerutscht und vielen Dank für den Support 2019. Es war ja jetzt nicht so viel los auf diesem Kanal, dieses Jahr greifen wir dafür auf jeden Fall nochmal deutlich stärker an. Ich bin sehr gespannt, was uns so erwartet, nicht nur Gaming mäßig, sondern allgemein. Und ja Freunde, folgt mir gerne auch auf Instagram, da bin ich aktiv, checkt meinen Partner Instant Gaming ab. Und ja, es wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr beim Stream dabei sein würdet, wollt, damit ihr auch solche krassen Runden live direkt mitbekommt. Und ansonsten viel Spaß mit dieser übelsten Palpatine-Zerstörung mal zu abwechseln auch mal von mir. War ganz gut. Viel Spaß. Aber auch mal abgesehen von Comic-Filmen, nicht Comic-Filmen, Slogan, mega geiler Film, das sollten wir mal gesehen haben. Mega geiler. War doch Javin 4 enthält wertvolle Informationen. Lord Vader will, dass sie sofort beschafft werden. Die meisten Rebellen sind nach der Zerstörung des Todessterns geflogen, aber eine Spezialeinreis löscht, worauf noch das reicht. Wir müssen die Basis sichern, bevor sie fertig sind. Zerstört zuerst die feindlichen Turbo-Laser-Stellungen. Sprengsätze stehen bereit. Alles klar, Juni. Erstmal weggerutscht. Granate kommt! Was war das denn jetzt? Was machst du da, Junge? Was machst du da, Junge? Oh Gott, das werde ich nicht überleben. Detonator am westlichen Turbo-Laser platziert. Den noch kurz töten. Schnell aktivieren. Was geht ab, Junge? Was geht? Hösslicher Turbo-Laser meldet. Sprengsätze offline. Das Team ist so scheiße. Das Team ist so scheiße. Yo, Level 773. Ich spiele auf PS4, Timo. PS4. Ja, Winnie, zieh dir auf jeden Fall long rein. Mega geil, mega geil. Ich spiele auf jeden Fall long rein. Nein, dieses Team, Alter. Ich mag, was geht ab. Hey, hau, was ist deinem Schläger? Ihr könnt nicht beschweren. Hahaha. 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 Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich muss ja als Held das aktivieren. Das ist, ey, ne. Bei mir ist es gerade, vielleicht kommt es mir auch gerade nur so vor, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Jetzt sind die Weihnachtsgüge da. Jetzt sind sie da. Jetzt sind sie da. Haben die das schon wieder entschärft, oder was? Guck dir das an, Alter. Ey, das ist zum Kotzen gerade. Das ist zum Kotzen gerade. Das ist zum Kotzen gerade. Das mal verschlaufen. Oh, wie Pech kann man haben, wa? Das bin ich gesehen gerade. Das ist zum Kotzen gerade. Das ist zum Kotzen gerade. Das ist zum Kotzen gerade. Genau hier. Der Rekke, Alter. Gut. Das Erste hätten wir jetzt. Lass es sein, lass es sein. Meine geht unter Grenzen. Ey, ich muss hier richtig auf die Verteidigung der Objektiv gehen als Held. Das ist unfassbar. Das ist... Hardcore ist das gerade hier. Ernsthaft? Das ist endlos. Die Turbulasers sind zerstört. Skyro, Kandel. Rebellengruppen ins Visier nehmen und bereit machen zum Vorgehen. Hier. Mit deiner End ist er. Ja! Nein, 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 nein. Geh du nach vorne, geh du nach vorne, geh du nach vorne. Ey, ist mir so scheißegal. Ich spiele jetzt auch so schmierig wie die anderen. Versteck mich immer erst. Danach schlossen wir zur eigentlichen Basis vor. Verdragung? Ernsthaft? Ich habe das gar nicht gesehen. Mein Lieblingsmarvel-Held? Ich glaube Deadpool. Kannst du von YouTube leben? Ab und zu muss ich auch meinen Körper verkaufen, um immer die Runde zu kommen. Aber eigentlich schon, ja. Diese ganze Schlacht ist mein Berg. Da war der Willems-Streamer. Hatte gehört? Jaa! Jaaa! Oh, hat das geschehen zu mir! Hey TSC! Gib DECO! Den auch noch mitnehmen. Jawoll Junge. Geil, Alter. Geil, geil, geil. Ey, ich häng fest. Ach, diese... Ach, Mann, ey. Das sollen sie auch mal entfernen, dass deine Fahrzeuge aus deinem Team, die rot auf der Map angezeigt werden, ne? Recruit Nummer 8. Warum versteckst du dich immer in irgendwelchen Ecken? Sag mal bitte. Geht vor euren Imperator. Auf Nimmerwiedersehen. Oh, bisschen Hilfe bräuchte ich schon. Geh weg. Alter. Bisschen Hilfe, bisschen Hilfe. Bisschen Hilfe, bisschen Hilfe. Wohohohoi. Alter, was geht hier ab? Das... Alter, ist das krass. Nein! Schön. Schön, schön, schön. Einnehmen hier, Jungs. Ich hab, glaub ich, noch nie so viele Polen gemacht. Mit dem Imperator. Alter Junge. Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen zu viel. 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 Bisschen zu viel, Jungs, ihr müsst jetzt nachkommen. Wo sind meine Leute? Oh ne, das ist zu viel. Das ist zu viel. Scheiße! Mann, ey! Wir haben alles Brauchbare gelöscht. Die Operation ist beendet. Ey, das war ne geile Runde. Die Runde musst du eigentlich als Highlight auf YouTube hoch haben. Ich glaub auch, ey. Ich glaube auch. Die war geil. Kurz noch das Treppchen mitnehmen. Und jetzt kann das Video enden. Imicsx122 1 1 2 1